Amatoly, du musst deine Ausland weiter essen, sonst rede ich nichts. Was soll denn das heißen, du musst? Na, essen! Du sollst reden! Also, ich kann diese Art von Späßen nicht vertragen. Nun, es war ja abgemacht, dass wir es uns ganz ruhig sagen sollten, wenn es einmal dazu kommt. Und nun, kommt es eben dazu. Das heißt? Dass ich heute leider das letzte Mal mit dir so piere. Du wirst wohl die Güte haben, dich näher zu erklären. Es ist ausgezeichnet, es muss aus sein. Ja, sag. Es ist aus! Gezeichnet. Ja, ausgezeichnet oder nichts, es ist nun einmal so. Ich verstehe immer noch nicht. Ach so, du hast ja den Heidners-Antrag erhalten. Das wäre ja kein Grund, dir den Abschied zu geben. Abschied zu geben? Es muss ja heraus. Ich bin verliebt, Anatoly. Rasend verliebt. Und darf man fragen, in wen? Sagen Sie, Max, was lachen Sie denn eigentlich? Das ist zu lustig. Also, jetzt lass ihn. Ja, du, eine Erklärung bist du mir wohl schuldig. Ich gebe es Ihnen ja. Ich habe mich in einen anderen verliebt. Wenn ich denke, wie schön du mir alles auseinandergesetzt hast, wenn wir hier fühlen, dass es zu Ende geht, dann sagen wir es uns und schalten ihn Frieden. Wirst du mir jetzt endlich einmal... Oh, das ist jetzt dein Frieden. Aber Kind, du wirst doch begreifen, dass es mich interessiert, wer... Ach... Jetzt trinkt, komm, ja, trinkt aus. Also, du wirst wohl noch so lange warten. Trinkst du ja sonst auch in deinem Zug. Aber, lieber Anatoly, ich nehme nun auch von dem Bordeaux Abschied. Wer weiß ja viel lange. Schick, guck, guck, was sind denn das für Geschichten? Nun, du willst mir keinen Bordeaux mehr gehen und keine Auster und keine Champagner und keine... Sie lieben auch trinkt. Es ist nun alles vorbei. Was tut's denn, wenn ich ihn liebe? Ich verzichte auf alles. Es ist etwas Neues, etwas, was ich noch nie erlebt habe. Naja, ein schlechtes Essen hätte Ihnen Anatoly zur Not auch bieten können. Ich liebe eine andere. Ja, schon längst nicht. Wer fragt den Hax? Ja, ich habe es heute bekommen, ob ich es ihm erzähle. So, so. Ja, schon längst nicht, wir fragen ihn doch. Also, das ist wirklich... Das ist wirklich so komisch, mir das jetzt einreden zu machen. Das ist die Wahrheit, ich schwöre dir, dass es wahr ist. Na dann, schockt mich. Ich habe dich betrogen. Wie? Betrogen habe ich dich, wie du es verdienst. Tag für Tag, Nacht für Nacht. Ich kam von dir, wenn ich dich traf. Und ich ging zu ihr, wenn ich dich verließ. Ilfa! Es ist ja... Es ist ja Ilfa! Man kann sich ja nicht genug eilen bei eures Gleiches, sonst kommt der nicht zuvor. Schau, da sieht man es. Ja, jetzt sieht man es. Jetzt sieht man es. Ja, jetzt sieht man es. Dass so ein Mann hundertmal rücksichtsloser ist, als so ein Franz. Jetzt sieht man es. So rücksichtslos war ich. Ja, rücksichtslos. Das habe ich dir doch nicht gesagt. Danke. Ich hoffe, ich kann es님. Maar ich möchte nicht n печern.